Das ist mein Song, She Moves, featuring Graham Candy. Wie viele Leute von euch kennen den wahrscheinlich und der ist für mich auch einer meiner allerwichtigsten Songs in der ganzen Karriere. Entstanden ist er 2013, released 2014. Graham Candy mit seiner wahnsinnig geilen Stimme war einfach das perfekte Stück für diesen Song. Mit She Moves ist mir auch damals der Durchbruch gelungen und zwar war She Moves natürlich auch mein erster Hit. Mein erster Radio-Hit, mein erster Chart-Erfolg und war somit auch einfach ein krasser Flash, als er damals rauskam und dann diesen Erfolg hatte, dass ich jetzt vom kleinen Club-DJ zu großen Bühnen, Radioshows, Fernsehsendern eingeladen werde. Um ehrlich zu sein, war es auch anfangs total überfordernd und erst nach ein paar Jahren oder beziehungsweise Ende des Jahres konnte ich mich damit anfreunden, dass ich jetzt ein Star bin.